Ich bin Alexander Derks, 33 Jahre. Ich bin Gebietsverkaufsleiter für Anlagen und Systeme, zuständig für das Gebiet Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und bin jetzt seit knapp sieben Jahren bei DELAWEI. Meine alltäglichen Aufgaben sind die Betreuung der Händler, die in meinem Gebiet zuständig sind. Das umfasst, dass wir zusammen Stallkonzepte erarbeiten für die Betriebe vor Ort. Genauso auch, dass wir auf den Betrieben dann beim Bau zusammen die Baustelle begehen und zusammen nach Lösungen suchen. Zu meiner weiteren Tätigkeit gehört auch die Entwicklung des Handels, die ich zusammen mit meinem Kollegen im Nachmarkt absolviere und da geht es darum, dass wir den Handel zukunftsorientiert aufstellen wollen. Ich hatte keine genauen Vorstellungen an den Job, weil ich vorher noch nicht im Vertrieb tätig war, aber man gab mir nach der Vorauswahl die Möglichkeit, dass ich bei einem Kollegen einen Tag im Ausdienst mitfahren durfte und da konnte ich mir den Tag mal genau anschauen, was tatsächlich im Vertrieb dann noch draußen los ist. Das hat mir so gut gefallen, das fand ich so spannend, dass ich dabei geblieben bin und auch in Zukunft dabei bleiben werde. Wir sind in einer Branche tätig, in der wir mit Händlern zusammenarbeiten. Unsere Händler sind im Grunde für den Vertrieb am Kunden zuständig, beim Landwirt zuständig und wir unterstützen den Handel vor Ort. Genauso, dass wir dann auch mit dem Handel zum Kunden rausfahren, zum Landwirt rausfahren, uns die Stelle dort anschauen, dass wir mit dem Händler dann zusammen ein Konzept ausarbeiten, dass wir das mit dem Landwirt durchgehen, dass wir mit dem Landwirt eine Lösung zusammenfinden und dieses Konzept dann auch nachher eins zu eins betreuen, zusammen mit dem Handel. Am meisten Spaß an meiner Arbeit machen wir die Zusammenarbeit mit Menschen und dass wir jeden Tag neue Herausforderungen bewältigen können. Meine Work-Life-Balance ist super, Arbeitszeiten sind unheimlich flexibel und ich kann zum Beispiel auch Privates mit der Arbeit verwenden. 써pe Q3 3 4